SLM-Virus Die Geschichte möchte ich schnell vor dem Kurs erzählen. Ich gehe ja immer, seit bald es gibt die Rock-Cruise, die wir hier machen müssen mit den Blues & Rock und Rock & Blues. Das ist ja so eine Kreuzfahrt, die jedes Jahr stattfindet. Und zum 5. Mal bin ich schon eben zu den Rock & Blues-Cruise-Fahrten gekommen. Und da komme ich einfach zur Geisterstunde am Hochverräten Publikum ein paar von meinen Geschichten. Und wenn das Schiff der Nacht genug im Festland fährt, also einen Abstand, sonst gibt es ja schon einen gewissen Abstand, sonst gibt es ja wie beim Schetti noch. Also wenn das Schiff der Nacht genug im Festland fährt, dann haben die fast alle ihr Handy bereit, um zu rapportieren, was so so läuft. und heien anzuläuten damit, und ihnen lieber sagen, was man da als Tolles erlebt. Natürlich hört man da nicht mit. Und gleich kommt es dann halt etwa, wenn es kommt und ohne dass man es dann gross mitbekommt, dass man dann so das Telefon halt selber mitbekommt und zuhört. Und so eines möchte ich jetzt eben vortragen. Ich mache das im fremden Stimmenton, um die Stimmung ein bisschen zu schaffen beim Übertragen. So stellt euch jetzt einfach vor, ich sage eine Frau am Telefon. Erste Telefonat. Erste Telefonat. 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 Hoi Manuela. Ça va? Ja, bei mir auch supergut Messi. Ja, also morgen geht's... Ja, 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 also morgen geht's los ab Genua. Ja, ich freue mich sehr. Wir müssen am Mittag um 12 Uhr dort sein. Nein, nein, mit dem Bistrokar, wenn denn schon, gell? Ja, ja, nochmal Lichtzeuge und das kleine Schwarze für am Abend. Das ist ja zugebe, ich habe ja nicht mein Sohn, ich kann sie einfach zusammenrollen, ich brauche praktisch keinen Platz. Ja, ist schon ein bisschen sexy, aber im Rahmen, gell, aus dem Alter. Was, wegen Martin? Nein, jetzt hält mir ja die Kreuzfahrt, ist für ihn voll okay. Mhm. Ja, zu viele Leute halt und... Ja, genau, genau, genau. Ja, und er ist ja eh so mehr der Jazzer-Typ und steht nicht auf die Art von Musik, gell? Ja, ja, sicher schon. Und da geht jeder mit seinem Club für eine Sägeloche nach Dubai im Herbst. Nein, das war ja schon eine Woche Zybiza im Haus des Madders und dort habe ich ein bisschen Farbe abgenommen, das geht gut. Mhm. Ja, ja, sicher schon. Ja, genau, genau, genau. Also, ja, du auch. Ja, ich mache mir Fallfälle. Nein, ich bin gerade aufgeregt, aber... Freue ich mich halt schon. Mhm. Also, ja, genau, genau. Also, dir doch dich auch, gell? Du bist gleich. Also, tschüss, 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 tschüss. Zweitens Telefonat. Zweitens Telefonat. Zweitens Telefonat. Zweitens Telefonat. Hoi Manuela. Ich bin Veronique. Ha, 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 ha. Ja, ja, ich dachte. Ja, ja, darum das Handy von meinem Kollegen hat keinen Akku mehr gehabt. Nein, nein, normal ist die Steckdose wie zu Hause. Aber ich war ein bisschen fuhr, in der Nacht, ich habe vergessen zu laden. Ja, du super! Oh, und weisst du, wer das ist? Ja, der Rollo, der Merkur vom Chardin. Ja, genau, genau. Oh, lieb, saget er! Nein, nein, die sind beiden gescheiden. Ah, wow. Ja, genau, genau. Der von der Deborah. Ja, riesender Pleasure. Gehst du dir heute den ganzen Tag auf sie? Ja, wunder, wunderbar. Ja, du glaubst es nicht? Weisst du, wer habe ich heute persönlich gelernt? Nein, nein, aber viel wichtiger. Der Kapitän von unserem Schiff. Ihren Wort kann sich selbst fast nicht glauben. Nein, hätte ich mich doch nicht getraut. Nein, nein, er ist auf mich zukommen. Mhm, in der Pianobar. Nein, nein, nicht gerade, aber mit einem Handkuss hat er mich willkommen geheißen an Bord. Ja, sehr, sehr, sehr elegant. Ja, genau, genau. Nein, nicht unbedingt. Wendet ihr Richard Gier? Aha, aha, ja, Glück muss man. Das kannst du laut sagen. Bist du doch so eine Liebe? Aha. To viel am Pool und sonst tolle Musik und Rambazambe vom Mittag weg. Ja, ja, das machen wir dann schon, gell? Also, lieb, seht doch dir an. Dann bis morgen, gell? Also, tschau, 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 tschüssli, tschüssli. Tschau, 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 tschau. Drittes Telefonabend. Hoi Manuela! Bist du noch wach? Ja, ich höre dich ja fast nicht. Warte, ich gehe schnell aufs Oberdeck. So, jetzt ist es besser, oder? Ja, Landgang, Palermo, absolut genial! Bei euch? Nein, wir waren hier den ganzen Tag. Ja, sehr, sehr, sehr. Du, Manu, kannst du dich besinnen, Jura Mathis? Ja, ich kann dir sagen, ich kann dir vorstellen, der Bruder ist schwul. Ja, genau, genau, nein, Jura ist noch ... Wer? Von wem weißt du das? Das ist jetzt aber nicht wahr. Nie. Stell dir vor, dass ich den Martin viel zu lieb. Hat mich das nötig, Manu. Gell? Ja, das sage ich ja schon so lange. Ja, darum rufe ich mich doch noch so spät. Du glaubst es nicht. Ich habe ihn wieder getroffen. Ja, er hat mich zum Diener ... Ja, zum Diener, in seinen Tisch hat mich eingeladen. Mhm. Ja, ja, Kapitänsuniform. Ach so, charmant und atraktiv. Mhm. Ja, der absolute Gentleman. Du noch schwer zu sagen. Nenn zu 40, knapp Anfang zu 50 würde ich mal schätzen. Ja, kannst du denken, ich bin glatt rasiert. Ja, ich habe es genossen. Sehr schönen Abend. Sehr gepflegt. Mhm. Was, meinst du? Aha, ja. Ja, das kann man sagen, bin dann schon, gell? Ja, merci vielmal. Dir auch, gell, Liebes. Also, Manneli. Dir doch bis morgen, gell. Ganz sicher, ganz sicher. Also, tschö, 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 liebes. Tschö, tschüssi, sali, tschö, 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 tschö. Viertes Telefonat. Manuela, hau. Anna, sag ich bei dir. Warum? Hä? Wann werde ich das gesehen? Hätte ich da gerne noch die Schlüssel? Einfach bei dir im Nest gelegen? Ja, witzschö. Ah, das habe ich aber noch so ein halbes gedacht, ein dummes Mädchen. Nein, nein, nur Gspass. Ja, gell, nur gratis. Ich habe da nicht gerade dann geladen. Ja, ja, da musst du mir halt einfach, ja, musst du mir einfach sagen, er soll vorerst machen. Mit dieser Scheiderei. Mhm. Ja, genau, ja, genau, ja, sonst bist du einfach immer die Beschissene. Super, bravo. Nein, nein, vollkommen richtig. Gseh ich nicht anders, gseh ich nicht anders. Gell, man muss halt einfach zwischendrin. Aha. Exakt. Gut, Manneli. Ja, richtig. Wenn denn schon, gell. Eben, eben, gsehschitze. Ja, das sage ich doch schon so lange. Sonnenklar, schätzli. Gena, 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 gena. Ja, grossartig. Ja, irgendwo bei Malta. Ich habe echt die erste Platterille gefunden auf dem Merit. Ich habe dir auch gerade eine Spärle gepostet, Schätzli. Jetzt, ja, nicht. Ja, jetzt sind wir dann gerade rum auslaufen, Richtung Sakintos. Ja, Moment, noch gerade ein bisschen müde. Ist schon ein bisschen spät geworden, ächtli. Nächte. Ja. Zum z'nacht in der Kapitänskabine. Ah, ja, Bauerluxus. Ja, genau, 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 genau. Ja, Kerzen, Schämpfe, das Kaviar. Mhm, das kleine Schwarze. Ah, wieso das so geht in den Kreisen? Nein, nein, sehr, sehr anständig, gell, als Kapitän. Ja, einfach, ob ich nicht wohl die Nacht mit ihm in ihrer Kabine... Hä? Ich verstehe dich schlecht. Aber er hat mich gefragt, ob ich nicht die Nacht mit ihm verbringen wollte. Ja, es war noch recht schwierig. Ich habe einfach gesagt, dass ich in einer Beziehung mit Martin, dass ich eine treue Frau sei. Mhm. Manuli, jetzt habe ich gar keinen Empfang mehr. Wollen wir hören? Ja, machen nicht. Du doch auch, gell. Ja, wir sind viel, viel mal dir auch, gell, Liebes. Ja, ja, ganz sicher. Da hatte ich doch ganz doll lieb, Schätzli. Also tjo, 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 manuli, salut. Tjo, 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 tjo. Fünftes Telefonat. Fünftes Telefonat. Ja, oh, hallo, ist es Manuela? Ah, du bist es glatt. Hallo, hier ist Veronique. Ja, sehr gut, du selber. Ja, gerne, merci. Maneli, hörst du die Höhre nicht? Ja, kein Problem. Hallo, ça va? Ja, ja, hast du schon gedacht. Jetzt bist du eine Küche. Ja, 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 aha. Ja, ja, ja. Super. Siehst du, geht doch. Geht doch. Wollt ja, wollt ja. Genau, einfach Klartext. Hat er gesagt. Eben, eben, siehst du jetzt? Ach, ist doch immer das Gleiche. Ja gut, jetzt hoffen wir einfach. Hier, einfach toll. Hat nicht geglaubt, dass so ein Kruse der Perfekt. Ja, herrlich, so viel man mal gegessen. Ja, jetzt sind die ganze Zeit auf See und dann auf Capri sind wir noch gewesen. Auf Capri! Ja, sind wir noch gewesen, genau, genau. Ja, ich habe nicht gemerkt, ich bin auf dem Schiff geblieben. Mhm. Mhm. Hahaha. Ah, das heisst, mein Kapitän. Mhm. Wieder wie der Pianobar. Ich habe dann ein Psyche wie der Kapitänskabine. Oh, ein paar Trinks und ein gutes Gespräch. Da hat er mir noch seine Tatuagen gezeigt. Tatuagen, hat er mir noch gezeigt. Nein, nicht gerade schwach Worte, aber aber mir ist es halt schon gerade ein bisschen schwierig. Ja, wenn ich ehrlich bin, schon. Er ist aber schon sehr, sehr, sehr charmant. Nein, ich habe wieder abgelehnt. Einfach wegen Martin in erster Linie. Taube? Nein, ist ja nicht gerade, aber man weiss ja, wie stürte die Südländer können sein. Ja, er hat ja nur mal gesagt, wenn ich sie hineinlasse, ich finde, ich versenke das Schiff. Was der Glocke kommt, gut, dann hören wir. Also, dann bis morgen. Dann, jawohl, genau, genau, genau. Tschüssli, Manneli, tschu, Schätzli, tscho, 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 tscho. Tscho, tscho, tscho. Manuela, hoi. Hoi. Hoi, hoi. Du hörst ja, du hörst ja fast gar keine Zeit. Ja, ja, alles klar. Wir sind gerade am Auschiff zu Genua. Alles klar, oh. Alles, ja. Ja, also, ja, genau, genau. Also, wir sind nicht, gell? Ich schaue dir schnell vorbei und bringe dir das, was du will. Ja, du. Übrigens, gestern Nacht habe ich 1800 Passagieren und 700 Besatzungsmitglieder ins Leben gerettet. Ja, zweimal. Also, tscho, tscho, Manneli, bis hin. Tscho, Schätzli, tschüssli, tscho, tscho, tscho. Tscho, tschüssli, tscho. Tscho, tschüssli, tscho.